Hoch sensibel zu sein ist keine Krankheit, ist weder Segen noch Fluch. Es ist wie es ist. Wir werden geboren mit den uns mitgegebenen Anlagen, seien sie biologisch oder auch durchaus spirituell. Wir werden geboren mit unseren Gaben. Dann sind wir hier, und müssen lernen mit ihnen umzugehen. Dinge wahrzunehmen bevor andere es merken, und wir anfangs den Fehler machen, da wir es für normal halten es zu äußern, hat mir zunächst Probleme eingebracht. Nun bin ich vorsichtiger. Ich reagiere auf die subtilen, oft versteckten Sinnes Eindrücke und versuche sie auszuwerten und richtig einzuschätzen. Dies gelingt mir nicht immer. Auch kommt es vor, dass ich von Reizen so überwältigt bin, dass mir die Tränen kommen, oder ich bekomme Herzklopfen, atme anders oder erschrecke, was natürlich von anderen Menschen wahrgenommen wird, natürlich primär von Nahestehenden, oder Menschen, die mich sehr gut kennen. Ein Punkt manchmal wird dann von jenen unterschwellig eine Erklärung verlangt, die ich nicht immer bereit bin zu geben, weil ich mir erst selbst über das Gefühlte im Klaren sein möchte. Wenn dann jemand sagt, du bist aber schon wieder komisch so ist das freilich nicht sehr schön. Ja, es ist anstrengend hochsensibel zu sein. So, dann schauen wir sie nach. So, dann schauen wir! So, dann schauen wir uns das noch. So, dann schauen wir uns doch mal an. Untertitelung des ZDF, 2020